Eins, zwei, drei. Geht doch. Geld oder Leben, die zentrale Frage, kann man wirklich wählen, ist man überhaupt dazu in der Lage? Stillstand, Fortschritt, Heimat oder Ferne, bist du da, wo du bist, freiwillig und wirklich gerne? Hast du eine Wahl? Nenn mir eine Zahl zwischen Eins und einer Million. Freund oder Feind, nicht immer leicht zu entscheiden, denn in jedem, den du triffst, steckt etwas von beiden. Geh mal davon aus, du verstehst nur einen Bruchteil von dem, was um dich rum passiert, doch das ist wahrscheinlich gut, weil, hast du eine Wahl? Nenn mir eine Zahl zwischen Eins und einer Million. Glückabend, genau, wir haben Glückabend. Oh, Glückabend. 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 Ein Pfau schlägt sein Rad, stolz in der Manege. Die Leute applaudieren, für dich ist das der letzte Käse. Du würdest gern verschwinden, wär's jetzt viel lieber alleine. Doch du siehst vor deinen Füßen lauter dicke, fette Steine. Aber vielleicht ist es ja egal, du brauchst gar keine Zahl zwischen Eins und einer Million. Da kommt der Cesar in die Natur. Großen Applaus, Klaus Doldinger. Danke, Stopper. Euer Applaus. Stopper, Klaus Doldinger.